Guten Morgen aus dem frühen verschlafenen Siegerland. Ich bin heute etwas früher unterwegs Richtung Bremen Festival Maritim, weil ich vorher noch in Kloppenburg mein neues Auto abhole. Und jetzt warte ich gerade darauf, dass mein Schwiegerpapa mich abholt. Er ist so nett und fertig. Bis später. Hallo Freunde, ich grüße euch heute aus Holland. Ich war hier im Bootsurlaub und jetzt steige ich in den Bus und gleich in den Fernbus. Nach Bremen, wo wir heute auf dem Maritim Festival spielen. Eine etwas besondere Anreise. Naja, aber tierisch Bock. Ich glaube um eins bin ich in Bremen. Wir sehen uns. Guten Morgen, halb neun in Münster. Auch bei mir beginnt das Tourwochenende heute schon ein bisschen früher. Yannick ist ja schon gegen eins in Bremen. Deswegen habe ich gedacht, ich setze mich dann auch schon mal in den Zug. Und vielleicht können wir noch ein bisschen durch Bremen laufen oder uns schon mal das Festival angucken. Vorher, genau, freue ich mich schon drauf. He found a place on a boat on his way to America To the brave new world On board many people fell sick or just died But Willie had luck and was one who survived Famished and poor with nothing in his hands Willie started his new life Found some work for little pay but survived So, hier ist die Ticket to Happiness Fraktion C4 mit Dachbox, die man jetzt nicht sieht, aber läuft gut. Die Karre ist voll. JP macht mal einen kleinen Schwenk hinten. Mhm. Drei Leute haben Platz dank des neuen Stangenbasses. Großartig. Und hier nach vorne nochmal, der unbedingte Reisekult. JP und seine Tupperdosen. Yay! Bremenwitz Maritimfestival. Kommt rein! Ja moin moin, ich bin dann schon mal da. Der Rest ist noch irgendwo unterwegs und jetzt finden wir uns hier erstmal zurecht und schauen, wo hier die Infohütte ist. Wir ziehen das Hotel und dann geht's heute Abend los. Rock'n'Roll. Nobler Schuppen hier, direkt an der Wieser. Ich checke jetzt erstmal das Zimmer ein und dann sehen wir uns später auf der Wieser hier. Hallo! Wir sind jetzt in der Bahn nach Bremenburg. Benni hat schon eingecheckt. Ja, ja. Bis du anrufst, ist Liedersagen eventuell bereits geschlossen. J.P. hat gerade gesagt, wie schick das hier doch in Bremen Fegesack ist. Absolut. Und wie tierisch wir uns auf die Gigs heute, morgen und am Sonntag freuen. Au hallo! Hier unser Hotelzimmer. selten einen so nicen Blick sehen. Und haben sich die Treppen gelohnt. Wir sind mit der Fähre gefahren. Decke zurückzuven. Das passt auf. Ich weiß nicht, oder? Ich finde aber alles, oder? Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020